Moin Moin und herzlich Willkommen zur dritten Folge von Pokémon 4 Rote Edition. Unsere heutige Aufgabe ist es, den Vertania Wald zu erkunden. Viel Spaß! So, auf geht's in den Vertania Wald. So, fahren wir mal hier längs. Wir konnten mal alles, da ist nichts. Das wird sowieso wahrscheinlich wieder der falsche Weg sein, aber egal, nehmen wir in Kauf. Tavkon. Oh, wer das wieder... Ah, wie in der letzten Folge auch schon. Das wird wieder ein schöner Kampf her, ne, Alter. Ich weiß gar nicht, zu was entwickelt sich Tavkon. Einen warten wir noch ab. Und dann... Versuchen wir mal zu fangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, zu wem er sich entwickelt, aber... Versuchen wir uns einfach mal. Los, Bock mal! Denied! Ach so! Ja, hast du selber Schuld jetzt. Dann hast du selber Schuld. Ja, wie mache ich das? Fällt euch das Video? Dann zeigt es und lasst ein Like. Das ist am besten. Let's gucken. Einheit Level 9. Ja, ich versuche, beide hochzubringen. Seine, da ist eins, was ich haben will. Ah! OP! Tackle! Ich werde auch tackle. Tackle! Was ist das jetzt? Paralysiert. Nee, was auch immer irgendwie ist. Tackle! Ich will Tackle einwissen nicht der. Bannschuss. Ich könnte meinen Raub immer fangen, aber... Zack! You win! You win! You win! Taub, siehrein, glaube ich, siehrein. Ice! Ob das nicht was? Nein! Elyd! Spielt ihr auch Pokémon GO? Früher, am Anfang, wo das gerade innen war, so die ganze Zeit gesuchtet. Mittlerweile nur ab und zu machen. Einmal kurz rein, einmal pro Tag und den Bonus abstauben. Kann man schon mal machen. Also ich laufe jetzt nicht durch die Straße rum. Was heißt Geisteskrankheit? Aber so ein Suchtigar, das mache ich nicht. Uh, okay. Kapi. Nö. Da liegt irgendwas. Oh, Pokéball. Nee, jetzt geht das hier nicht weiter. Na toll. Ich laufe in die falsche Richtung. Na so klar. Tackle. Oh. Schade. Oh. 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 Na los. Warum darfst ihr eigentlich zweimal miteinander, so Frech halt. Nee, es gibt meine Attacke daneben. Nee, noch nie. Yes. Wollt ihr noch mehr sehen? Dann lasst ein Abo da! Weiß, da kann ich noch links. Pikachu! Deckel! Wo ist das Heuler? Wenn mein Angriff sinkt... Vielleicht treffe ich ihn nicht ganz. Ich kann... Ja! Versuchen wir zu fangen. Bitte... Einmal geht noch. Eins, zwei, drei... Ja! Pikachu gefahren! Geil! Nice! Pikachu! Yes! Jawohl! Pokémon sind wir noch bewährt. Ich werde aber erstmal... Hmm... Beudel! Trank! Einen Taubsieg geben... Die Leute!? Oh... Nö, nö... wir lassen das erstmal... So! Ja, man! Pikachu gefangen! Geil! längst holly tecke will ich nicht trocken erst ich wollte kurz überlegt ob ich es fangen ja jetzt ist er vergiftet schade kann man nicht kämpfen wir sind die pokobel ausgang ich fange ich nun los pokémon solltest immer genug pokobel über die haben danke für den tippe tränke von perda packt ja opi tack warum dürfen die im anfang nicht check das nicht wird st st helm ja Jawohl! Ich glaube jetzt ist mal Zeit mal wieder den Mann ein wenig nach vorne zu bringen. Kratzer! Okay, es läuft wohl doch aufs... auf Glut. Glut! Das ist sehr effektiv. You win! Danke. Oh, oh, oh. Mein erster Pokémon-Kampf. Lass uns kämpfen! Warum ist das da so komisch ausgegraut? Ist einer gestorben? Glut! Nice! Gibt mir der Punkt hier. Okay. Yep. Helps hier. Das sei denn, wer ist jetzt level? Tackle! Tackle! Ich verstehe das nicht. Das Pokémon wahrscheinlich gemeldet hat, ne? Tackle! Nochmal! Wäre krass einfach... Was war eure Lieblings-Edition denn? Also ich habe mit rot angefangen. Dann hatte ich glaube ich gelb... Silber... Oh, das ist gar nicht mehr. Und irgendwann habe ich da nicht mehr gespielt. Das habe ich vergessen. Ne, warte mal. Das darf ich nicht sehen. Dann wird da irgendwo was sein. Ne. Steht sich nicht so einfach davon. Ja, werden wir sehen. Drei Stück. Kampfgeschickt. Eusebius. Glut! Lоном! Aufheber die Versicht. Level Zehn. Die3! Sie! Sie! Die4! Sie! Sie! Die4! Ja, jetzt überplötzlich und jetzt kommt Tackle, Giftstachel, dann weiß ich gar nicht, paralysiert. Vergifteten. Jetzt bin ich vergiftet. Immer noch nicht. Ja! Nice! Oh, den Stoß! Nice! Pikachu! Pikachu! Ah, ich weiß! Ganz ruhig in deinem Traumschauen. Aufgeführt, Mensch! Easy going! Nein, ja! Die Beteiligung steigt. Das ziehe ich jetzt durch! Boah, nein, schau! Das ziehe ich jetzt durch. Das ist mir egal. Die Chance muss ich nutzen, dass Pikachu ein bisschen im Level steigt. Ja, jetzt ist er noch paralysiert. Ah, er greift sowieso nicht. Oh, jetzt kann ich nicht greifen. Achso, ja, gut. Oh, ich halte noch mal rauf. Piu, tiu! Donner Schock! Jetzt greift eventuell nicht an. Nee, jetzt wieder halt, ne? Kann nicht angreifen. Kann nicht angreifen. That's it! Wolle besiegt. Pikachu! Wolle besiegt. Wolle! 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 Nice! Wolle! Kann man einigen, oder? Wolle! Spiellevelet, die, wie sie das hier ist. Wolle! 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 Niiiis! Da komm ich ja her! Ja, der hat gegen Gift ge... Oh! Nice! Wollen wir gehen jetzt mal hier längs. Fast geschafft! Los Glumanda! Glut! Sehr effektiv, danke. You win! Obi wurde besiegt. Den, den. Willst du das Pokémon sich entwickeln? Nee, sah das nicht. Dann ist das... Dann ist das doch... Weil das paralysiert ist. Puffgum! Pokémon! Ach, er... Wie sei schon. Tauzi! Theoretisch... Könnte ich da... Den Stoß probieren. Dann darf der schon wieder... Oder paralysiert. Jaaa... Das war klar. Steht doch nicht. Das ist sehr effektiv. Ah, alles klar. Na los! Schuuu, schuuu! Du gewinnen! Nice! Du gewinnen! Nice! Du sie hält! Als nächstes wäre der Raupi! Jupp! Ilma! Geile Namen! Entstoß! Flieg weg! Das ist sehr effektiv! Nice! Das ist sehr effektiv! Entstoß! Ich will auch mal anfahren! It's very nice! Die käme drauf! Der Raupi wurde für den... ... ich glaube sie hält nur noch nicht die Punkte. Nice, Level 10! Die nächste ist mit Zafton. Ja... Dann können wir nochmal versuchen, ein Level hoch zu bringen. Ah, wird nichts. Zack. Glut! Du wirst. Easy. Oh, net 8. Oh, doch level 11. Yes. Ich hab verloren. Hey, warte. Warum die Eile? Weil die Folge gleich vorbei ist. Du wirst gewinnen. Komm an da. Glut! Effektiv. Oh, schade. Bist du gut, ich gebe auf. Danke. So. Wahrscheinlich kommt vorher noch mal eins. Nee. Ja, da haben wir den Metanier-Wald auch schon geschafft. Das war's mit dieser Folge denn. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Like da lassen, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Outro